Wir möchten uns ganz herzlich bei all den Lehrern bedanken, die jetzt hier umstehen. Auch an denen, die uns in der Zeit begleitet haben, die jetzt aber leider nicht mehr hier sind. Wir möchten uns ganz herzlich bedanken, weil Sie uns im Endeffekt zu den Personen gemacht haben, die wir heute sind. Ganz, ganz vielen Dank. Vielen Dank. Applaus 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 eine Querflöte Thomas Schüller am Stage-Piado Katamon, Gesang mit Caron Yvonne Ulrich und ebenfalls Gesang mit Sabine Lester und Wilma. Kommen wir nun zum langersehnten Höhepunkt, der Verleihung Erfolglisse. Wir bitten dazu Herrn Dünker und als erstes die Klasse 10a mit ihrem Klassenlehrer Herrn Horschhausen auf die Bühne. Wir kommen zu Verleihung Erzeugnisse für die Klasse 10a, bei denen jeder den Abschluss geschafft hat. Zunächst. So, liebe CNB, jetzt sind wir dran, ihr seid dran, auch bei uns haben es alle geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Applaus Liebe CNC, euch allen recht herzlich zum Erreichen des Zeugnisses. Auch hier wieder das, was man liest, die CND. Ihnen jeden Jahr stellt der Förderverein für die besten Liederklasse Buchbutscheine zur Verfügung. Ich darf jetzt die vier besten Schüler, die ich ineinander aufrufen werde, nach vorne bitten. Aus der Klasse 10a bitte ich Sarah Freudenreich. Applaus Sie hat einen Mutendurchschnitt von 1,5 erzählt. Applaus Nun bitte ich aus der Klasse 10b Anna Zubau. Applaus Mit einem Mutendurchschnitt von 1,43 ist sie ja ganz besser. Applaus Des Weiteren bitte ich aus der Klasse 10c, Laura Sebastian. Applaus 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 Aus der Klasse 10b Anna Zubau Aus der Klasse 10b Anna Zubau Ein Schüler unserer Schule erhält für vorbildliche Haltung und beispielhaften Einsatz in der Schule eine Anerkennung, und zwar von unserer Ministerin, Frau Ahnen. Sie verbindet damit die besten Wünsche für einen erfolgreichen Lebensweg. Und dieses Jahr geht dieser Preis an Taylor Schweinert. Taylor muss man kennen, wenn man diese Schule kennt. Und das ist genau der Punkt. Eigentlich wird nur einen Preis vergeben. Aber wir haben uns zusammengesetzt, die ganzen Zehnklasslehrer, und haben überlegt, dass es wirklich noch einige verdient haben. Jetzt können wir natürlich nicht jedem so einen Preis geben. Aber es gibt ja, und da gehört Taylor nicht dazu, die stillen Stars. Das heißt, diejenigen, die halt unermüdlich arbeiten, sehr, sehr, sehr viel machen für die Schulgemeinschaft, aber nie im Vordergrund stehen. Und da haben wir doch glatt drei gefunden, die wir heute auch hier noch auszeichnen wollen. Ich bitte auf die Bühne, so machen wir es mal umgekehrt, Marc Füllmann. Sven Laufmann. Und jetzt bitte nicht die anderen traurig sein. Ich weiß, da sind noch zwei, drei andere, die hätten es verdient. Und wir haben uns jetzt noch für ein Näh entschieden. Yvonne Ulrich. Nochmal einen herzlichen Applaus für alle. Zum Dank für die viele Mühe der vergangenen Jahre laden die Zehnerklassen zu einem kleinen Sektempfang ein. Wir wollen uns an dieser Stelle bei dem Schulelternbeirat und den Schülern der Klassensstufe 9 bedanken, die sich auch dieses Jahr wieder angeboten haben, den Aufbau und die Bedienung zu übernehmen. Gleichzeitig wollen wir Herrn Haas danken, der uns immer so tatkräftig unterstützt hat. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.